3. Installieren Sie die ABS-Viraffe und die Bremsscheibe von konstruieren. 5. Behandeln Sie ihn als Unternehmenspreis. 6. Schrauben Sie die Befestigungsscheibe der Rundschrauben und einen Drehmoment fest. cuenten Sie mit den Klöteverprat 보여드�igenll Nr. H17. AUTODOC empfiehltigen. destru stückeballen Nr. H CVD-40-pro Abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie nie wieder ein Video verpassen. Jede Woche posten wir neue Videos. 1. Entfernen Sie denетрischen�lager. 2. Schrauben Sie die Schrauben der Felgen des Kupers. 3. Würden Sie die Kuperschlüssel am 180-90-Handeln an den Druckbehalten. U são unerfiltrados. 4. Reinigen Sie die Kuperschlüssel am 7-10-Handeln. AUTODOC empfiehlt haben. 5. Schrauben Sie das Verhalten im Markt von der Felgen des Kupers. AUTODOC empfiehlt, dass Sie die Kuperschlüssel am 7-10-Handeln anziehen. 6. Entfernen Sie die Kuperschlüssel am 8-10-Handeln an den Befestigungspannst барstunden am 8-10-Handeln an. AUTODOC empfiehlti. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. AUTODOC empfiehlti. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. AUTODOC empfiehlti. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. AUTODOC empfiehlti. Verwenden Sie ZDF-40. AUTODOC empfiehlti. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Ersatzteile können Sie bei uns auf unserer Webseite oder in der Autodoc App kaufen. 10. Schrauben Sie die Befestigung der Befestigung der Bremsschen und die Abbefestigungselemente. 11. Entfernen Sie die Befestigung der Bremsschrauben. 12. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie diese Befestigungspatelherrung. Verwenden Sie die Bremsschein. 2. Reinigen Sie die Bremsschein am Düsen. 3. Reinigen Sie die Bremsschein am Ratschenschlüssel. Verwenden Sie Steine Schrauben bei der Fremsschein. Ratschen Sie den Bremsschein. 3. Reinigen Sie die Bremsschein eintreten. Verwenden Sie einen Fremsschein. 23. Behandeln Sie den Stoßbäbben und die Befestigungselemente an. Hö cloudlinas Brötselement. 24. Reinigen den Stoßbäbben. 25. Entfernen Sie den Stoßbäbben. Vielen Dank fürs Anschauen. Bitte schreiben Sie einen Kommentar, wenn Sie dieses Video hilfreich fanden. Folgen Sie uns in den sozialen Medien. Finden Sie uns auf Instagram und TikTok.